Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play DMC Definition Edition. So, wir machen jetzt weiter mit Mission 7, denn in Mission 6 haben wir Sukubus auch eins auf die Gursch gehauen, dass er jetzt im Rad dreht. Ja okay, der war schlecht, aber egal. So, beginnen wir mal. Wir haben jetzt die Boxhandschuhe. Wo ich nebenbei mal schon alle Skits gekauft habe. Aber jetzt dürfen wir uns eben in der Cut-Szene vergnügen. Du, ich bat dich nie um Hilfe und du warst trotzdem für mich da. Das bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen. Er hat mich gerettet. Ich war in einer Pflegefamilie. Mein Ziehvater war ein Dämon. Er ist fast jede Nacht auf mich losgegangen. Ich musste weg. Die Albträume. Keine Sorge. Ich habe nichts gespürt. Physisch konnte ich nicht entkommen, also... ...fand ich einen anderen Weg. Ich... ...bin als Geist zielos im Limbus umhergewandert. Und dort fand ich Virgil. Er hörte meinen Hilferuf. Er hat mir geholfen, mit meinen Dämonen fertig zu werden. Den in mir und... ...den um mich herum. Ich habe den Mistkall getötet. Jetzt will ich den Rest aus dem Weg räumen. Du wirst doch bis zum Ende bei uns bleiben, oder? Erlass dich drauf. Gut gemacht. Der Sucrobus ist tot. Das hat Mundos Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk. Der Raptor News Tower. Von dort hat Mundos das Monopol über die Medien der Welt. Nachrichten, Werbung, Unterhaltung... ...Gedankenkontrolle. Ja, und Überwachung. Sie bespitzeln die Bevölkerung mit all ihren Satelliten, Verbindungspunkten und Überwachungskameras. Ja, das habe ich schon bemerkt. Also was tun wir? Gell. Das Raptor News Network wird von einem Dämon geleitet. Bob Barbas. Bob Barbas ist ein Dämon? Also ist er nicht nur ein hirnloser Arsch. Und er steckt in dem Turm? Nicht der Turm. Der dort. Was? Im Limbus ist das keine Spiegelung. Es ist der echte Turm. Es ist ein Gefängnis, in dem Barbas grausam regiert. Dort gibt's keine Gnade und kein Entkommen. Bereite das Tor vor. Pat kann dir dort nicht folgen. Du bist auf dich allein gestellt. Allein ist okay. Sie hat schon genug getan. Aber dafür gibt's da keine Kameras. Gut. Dante, wir wissen nicht viel über diesen Dämon. Ich bin sicher, es ist ein ganz Lieber. Ja. Nun gut, Bob. Endlich verstehe ich, warum deine Welt auf dem Kopf zu stehen scheint. Beginnen wir mal. Ihr seht ja schon, da unten kann man jetzt Rüstung umändern. Wir nehmen die Boxhandschuhe. Das sind wir sowieso gleich in Anfang haben wir gezwungen. Kann man die Vorhinein noch Gegner oder erst einen Stock weiter unten? What the fuck? Ah, okay. Hier kamen die ersten Gegner. Das ist das Geile. Das ist nämlich eine Dämonenwaffe. Das heißt, die Dämonen sind immer noch kein Problem. Wir sind ab jetzt kein geiles Problem mehr. Kann ich jetzt einfach so verkloppen. Und das genieße ich natürlich. Round two. Aber... So. Hey, alter. Da. Küsst den Boden. Okay, manchmal klappt es mir noch ein bisschen. Trotzdem noch nicht so, wie ich will. Du Pissen-Ecke. Hm, fertig. Fertig. Ach, dammit. Na, da schaust du. Verdammt. Ich habe vergessen, dass ich es dir umdrehen kann. Das ist mir im Ausweichen muss ich echt mal wieder üben. Da bin ich echt raus. Klasse. Selbst im Limbus gibt es einen Knast. Nie gedacht, dass ich hier ins Gefängnis einbrechen würde. Okay, das war jetzt gerade aber schon knapp. Oh, fuck, da geht's weiter. Dammit. Ich hätte doch nach links gehen müssen. Du hast Verbrechen gegen den heiligen Orden der Dämonen begangen. Mundus habt ihr gewährt, zu schließen. Damit ich mich in der Kraft erfreue dich in der Gabe des Siebens. Ich kann nämlich auch nicht mehr zurück. Dammit. Das habe ich natürlich verkackt. Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war da nämlich was. Verdammt. Du musst einen Umweg finden. Oh, Mann. Ich verrichte Gotteswerk. Ja, deine Schnauze. Du laberst nur Müll. Da komme ich. Tor Wuse. Deine Verbrechen gegen die Dämonenherrscher sind Sündhaft. Durch Sünden wirst du... Großer Lebensstern. Okay. Du bist ein Leiter. Wo du auch bist, kommst du vor dir raus. Bob, Babel. Ich verrichte Gotteswerk. Der labert so viel Müll, ist furchtbar. Wir haben mal einen neuen Schlüssel. Arme Schweine. Mhm. Ah, ist wieder dieses Eisficht da. Ich verrichte Gottes. mal gucken Ok. Nervtätend, Alter. Ja. So. Ne, da war nix. Geh schon, verschwinde. Oh. Ne Riesenratte. Wüter. Oh, super. Hier kommt Mami. Na, jetzt komm. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt wird. Oh, da geht einer. Da wird einer wütend. Na, ja. Sag's ja mal, mit dem Ausweichen. Oh, Ausweichen. Ausweichen. Muss ich mal wieder üben. Alles andere bin ich eigentlich immer noch tapfert. Was ausweichen konnte ich mal so perfekt, dass ich immer Dämonen ausweichen oder Engels ausweichen konnte. Das hab ich aber jetzt komplett verlernt, was mich voll ankotzt. Ich hör so ne Seele. Na, da. Hm, noch mehr Ratten. Sag ja, der labert ganz schön viel Mist. Uuuh, ich krieg Angst. Ich krieg Angst. Die Dämonenherrscher sind sündhaft. Durch Sünden wirst du leiden. Was labert der? Ohne Witz, den sein Gelaber kann einen so auf die Eile gehen. Geht's abwärts? Obwärts. Obwärts. Klasse. Die Strafkolonie zu verlassen. Und mit 100 Jahren schwerer Fall gestand. Okay. What? Wie hat denn der mir jetzt noch gekriegt? Okay. Okay. Böses Viech. Böses. Sag ich ja, Böses Viech. So. Geheimtür. Sesam öffne durch. Krieg der Enge. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner können nur durch Engels Waffen verletzen. Boah, das ist hässlich. Das schaffe ich bestimmt nicht. Oh, boah. Hab ich doch geschafft. Hätt erst gedacht, dass ich's nicht schaffe. Aber hey. Nur noch drei. Verlorene Seele. Hm, ich kann eh nix kaufen. Also, juckt's mich nicht. Anschlüsse. Also, ich kann hier nicht mal springen. Gleich hab ich dich, Bob. Okay. Ah, wundervoll. Verdammt, was ist denn da los? Ah, da kommt, glaub ich, Mr. Crab-Stimme, oder? Ah, auf jeden Fall kenn ich die Stimme. Ach, die Harpion. Boah, das sind Mistviecher. Die hasse ich echt. Da, guck mal. Die zicken. Hä? 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 Checkst du das? Mistviecher. Haltet eure Fresse. Haltet eure Fresse. Sag mir. Halt deine Fresse. Mistviecher. Mistviecher. Ich weiß, dass du da bist. Ich kann dich spüren. Wie ist es? Ich werd dich aufschlitzeln. Leg den Stock hin. Ich werd dir nichts tun. Außer du gibst mir einen Grund. Bist du auch ein Gefangener von Mundus? Nein. Ich komme von oben. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Turm gelange? Zum Turm? Warum? Ich will den Dämon töten, der hier das Sagen hat. Müsst du mir helfen? Ihn töten? Ja. Ich werde dir helfen. Wenn du mir zuerst hilfst. Na, erzähl schon. Eine Szene übersprungen? Ich glaub, ich hab was übersprungen. Versehentlich. Ähm, wenn ja, werd ich die Mission da wieder weiter starten. Aber, ich bin nämlich auf einen Analogstick gekommen. Äh, was heißt Analogstick? Ich kam auf einen L2-Button. Ich dachte, aber eigentlich nur mit dem Touchpad kann man die Szene überspringen. Egal, Leute. Das war's für den Part. Ich muss das jetzt nochmal nachschauen. Boah, jetzt darf ich die Mission nochmal machen, wie ich kotzen könnte. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.